Ein Auto ist hier in Berlin in eine Menschenmenge gerast. Ein Mensch ist gestorben und das sind die ersten Bilder vom Unfallort. Dort am Kudamm, mitten im Herzen von Berlin. Schlimme Erinnerungen werden geweckt an den Dezember, dort in der Nähe, in der Gedächtniskirche. Mitten in Berlin, das passiert die ersten Bilder. Sie sehen hier den Kleinwagen. Ein Mensch wurde getötet, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Diese Szenen spielen sich jetzt gerade hier in der Hauptstadt ab. Der Kleinwagen dort offenbar in ein Schaufenster gerast. Der Fahrer dieses Wagens konnte von der Polizei mittlerweile festgenommen werden. Dennoch jetzt in diesen Minuten ein Großaufgebot dort von Polizei und Feuerwehr. Ein Mensch tot, zahlreiche Menschen sind verletzt. Unsere Reporter natürlich auf dem Weg dorthin. Sie sehen dort, Stühle und Tische wurden mitgerissen. Dort ein angrenzendes Straßencafé. Dort mitten auf dem Kudamm ein Toter, mehrere Verletzte. Unsere Reporter auf dem Weg dorthin. Der Hintergrund dafür ist bisher noch völlig unklar. Klar, die Ermittlungen laufen und derzeit ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr hier mitten in der Hauptstadt. Man kann im Moment noch nicht ganz genau sagen, zuerst hatte die Feuerwehr gemeldet, dass 30 Verletzte gemeldet wurden. Danach wurde die Zahl runterkorrigiert auf 10. Dementsprechend auf jeden Fall mehrere Menschen, die dort eben von diesem Auto getroffen wurden, von diesem Auto ja eben verletzt wurden. Ein Toter, Patricia hat es gerade gesagt. Und unser Reporter Axel hier hat eben gemeldet, der eben schon vor Ort ist, dass der Fahrer dieses Wagens bereits von der Polizei festgehalten wird. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen. Und auch weitere Reporter von uns sind natürlich auf dem Weg dorthin. Und wir sprechen gleich mit ihnen, sobald sie dann vor Ort sind. Bisher ist es noch völlig unklar, ob es sich um einen Unfall handelt oder ob der Fahrer vorsätzlich in die Menschenmenge gerastet. Und das sind die Bilder, die die schrecklichen Erinnerungen wecken. Sie erinnern sich, Dezember 2016, das sind aber jetzt ganz aktuelle Bilder hier von Kudamm mitten in Berlin. Sie sehen die Gedächtniskirche, wenige Meter nur entfernt. Im Jahr 2016 der Terrorist Anis Amri rast dort in den Weihnachtsmarkt. Wir erinnern uns alle daran, ganz Deutschland erinnert sich daran. Und jetzt heute an diesem Tag nur wenige Meter entfernt rast ein Auto in eine Menschenmenge. Wunderschönes Wetter heute hier in Berlin. Zahlreiche Menschen auf den Straßen. Hier sehen Sie das Auto, das dort in ein Schaufenster gekracht ist. Und Sie sehen nebendran ein Straßenverkehr, Kaffee, Verzeihung, dort viele Tische und Stühle draußen am Kudamm hier in Berlin, im Herzen Berlins. An diesem sonnigen Tag garantiert viel los. Derzeit geht man von acht Verletzten aus. Ein Mensch ist ums Leben gekommen. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr. Sie sehen hier die Bilder vor der Gedächtniskirche, sind derzeit vor Ort. Auch unsere Reporter natürlich jetzt auf dem Weg dorthin, um alle Hintergründe herauszufinden. Ein Toter, mehrere Menschen verletzt, im Herzen von Berlin ein Auto. Dort, mitten auf dem Kudamm, in eine Menschenmenge gerast. Alle Details, alle Informationen. Sobald es was Neues gibt, erfahren Sie hier unsere Reporter auf dem Weg dorthin. Und das noch einmal für Sie das erste Foto. Dort vom Unfallort. Bisher weiß man noch nicht, vorsätzlich oder war es ein Unfall. Die Ermittlungen laufen derzeit Großaufgebot dort. Aber Sie sehen, der Kudamm, eine belebte, die belebte Prachtmeile hier in Berlin, in der City, mitten im Herzen und nur wenige Meter entfernt. Bereits Ziel gewesen eines Anschlags am Weihnachtsmarkt 2016. Verhalten Sie hier auf dem Laufenden. Sobald es neue Entwicklungen gibt, erfahren Sie das hier natürlich. Breaking News machen wir dann sofort.